Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute wird es guselig, denn wir werfen einen Blick auf die ultra realistischen Horrorspiele, die in den Jahren 2023 und 2024 erscheinen und derzeit mit der Unreal Engine 5 entwickelt werden. Wirklich unglaublich, was heutzutage alles möglich ist. Jeder, der den neuen Trailer von Unrecord gesehen hat, weiß, was in Zukunft auf uns zukommt. Wer Unrecord noch nicht gesehen hat, der Link ist in der Beschreibung. Das solltet ihr euch wirklich anschauen. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von diesen neuen Games und von Unrecord haltet. Vielleicht habe ich auch das ein oder andere Game übersehen. Ich freue mich auf eure Kommentare. Jetzt aber zu den Horrorgames. Komm herr, boi! Oh, was ist gut in ihm? Teddy! Teddy, komm jetzt! Teddy! Oh, für fuck's sake! subset in mir Ein ... ... ... ... ... Oh 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 Something seems off I've been hunting entities all over the country A djinn at the Fariville goldmine A hantu at Dreamer's Diner A succubus at the Paradise Motel And even a Wendigo at Crystal Lake National Forest But this entity This demon It's by far the worst I've encountered If you're hearing this Get Out 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 Untertitelung. BR 2018 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 No, 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 please no. Hello? You there, Mike? Mike, I made my way in. Found some sort of administrative room. It's a total mess here. Shit. They were really rushing out of there, weren't they? All right, head to the dome. It might be your only way down. Oh, my God. Oh, God. Oh, God. Oh. Oh, God. Untertitelung. BR 2018 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 Could she really be here, waiting for me? Mary died of that damn disease three years ago. In my restless dreams, I see that town. Silent Hill. I know what you are. I know why I needed you. I know why I needed you. I don't need you anymore. I'm ready. Mary? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020